hallo meine kleinen freunde willkommen zu einer weiteren folge mit story about my uncle wir waren letztens hier in einer schönen welt und ich habe es diesmal geschafft mit der facecam aufzunehmen weil die vorige folge sollte eigentlich auch mit facecam kommen und ich vergessen auf der facecam auch noch mehr programm auf start zu drücken war die facecam nicht da nicht so scheiße reden wir nicht lang herum um den heißen ich hab's verkackt ich schaffe es nicht das klittert voll schön ey oder war ich die richtung verdammt ich muss in die richtung da waren wir letzte folge ich habe schon vergessen obwohl es ja nicht gestern war vorgestern aber der nasi steht aufpassen weil der kragen wird oben ist schreift das mikrofon hier da da so 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 da da und kragen unten das rausstand so schirr und das darf nicht passieren das jetzt okay es reicht leicht aus dachte ich jetzt wenn dann schon hast du dich ich kann so hochreden ist anstrengend ich will nicht sagen du nervig bist das war knapp das war wirklich kraft ich war das gleiche der sprung schaffen wir kommen schon kommt dann schaffen wir sind wir machen auf dieser das geht sich aus das geht sich aus machen wo ist das wirklich du hast einen neuen inhalt freigeschalten gehe zu optionen freischalten inhalte um ihn zu aktivieren wenn ich mal testen will ich mal testen optionen freischalten das war das energiestrass ich weiß das war das energiestrass ich weiß lol wie geil wie geil wie geil oh wie geil ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin grün grün wie meine farbe auf youtube ich schaue hintende wohl da meine kamera da ist ja das ist immer gut wenn kamera verfehlt mit ok er war das jetzt freischalten war das war das wir grün haben funktioniert nicht obwohl es ist ein bisschen grüner um sich überhaupt hin ey ich kann mich da hä ich sollte hochkommen indem ich jumpe n n n n n l dr j n n n n n n n wei n n n n n n n n So ist einfach, weißt du? Ich werde das Hardcore geben, weißt du? Oh nein! Lockerisch, ey! Alter! 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 UNTER! Warum geht das nicht so weit? Mann! Nein! Ah! 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 Oh! Was ist das? Oh! Was ist das? Schau! Könntest du diese wehren? Was? Upgrade deine Suisse! Upgrade! Sie sehen ziemlich powerfull, oder? Cool! Was war das? Ja! Nachgeladen und... In dieser Edition, die Suisse fühlte zumindest 20% cooler. 20% cooler. Alter! Okay, das ist schon höher, das ist schon höher als vorher hin. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wo? Sweet! Jetzt musst du sie ausprobieren. Was ist das? Raketenstiefel sind das! Wee! Hahaha! Das ist awesome! Awesome, ey! Das ist awesome! Was? 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 Man kann die eine volle boosten! Ah! Alter, Mann! Ich will nicht aufhören, ey! Pfff! 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 Ich hab doch Pfff gemacht! Das muss funktionieren! Kann schon! Nein! Pfff! 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 Alter, das ist voll geil! Das ist wie Fuscht vor da irgendwie von... Äh! Nicht Fuscht vor da, sondern an... Äh! Sturmschrei, wie der heißt da! Von... Skyrimme! Ähh... öhh... 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 Öhh.... Ohhhh! Geh ohhh! Wo muss ich hin? Okay! Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß gerade... Mit aller Kraft, die wir haben... Sammle die Marginire Chakren an! Auaahhh! Auaahhhh! Gru多 appreciation Aaaahhhhh! Es hat funktioniert, ey. Ich bin der Beste. Ich stelle mich wie ein Heiser, so. Um hochsingen. Ich stelle was? Alter, wie soll man schon so hoch hüpfen, ey? Okay, das ist nicht so nice. Okay, weiter. I told you. Oh, nee. Oh, nee. Meine Faust des Todes. Okay, das war auch. Wuh. Ja. Ja. Boah, Alter. Okay. Boah. Alter. Nein, 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 nein. Ich will den Checkpoint, ich will den Checkpoint. Boah. Oh. Das war knapp. Oh, nee. Oh, nee. Ey, das ist schon nett. Oh. Der Machtstrahl ist tot. Ich mag das. Ja, das war gleich ein bisschen. ich hoffe die folge braucht man ist nicht praktisch ist das durchbacken ja ganz lenken leicht das ist möglich wie soll ich da hochkommen mann wie zeit war doch ganz einfach Es macht Geräusche. Hoch oder was? Oder wie? Wie oder was? Oder wie oder was? Ja, geht doch. Eine große, eisige Mäste, die vor mir geflogen wurde. Und ich fühlte ein Schuss, die meine Hände aufzunehmen. Echt da ein Boss? Ja, kannst du zelfen? Wie? Ich war dumm, ich war dumm, ich war dumm. Ich schaff's nicht mehr. Ja, ja. Da, 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 da. Nein, scheiße. Alter, war das knapp, ey. Was? What? Wunderschönes Gefühl. Ja. Ja. Oh. So, du loser, ey. F*** dich. Ja. Mein Auge. Es, es, es juckt. Was ist denn noch ein? Oh. Oh. We hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay what looked like a proper town. Bestrays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. And now, here they were. And now, here they were. Yeah, that's good, ey. I don't know, that's good. Abdecker's in, that's good. Ah, ich bin so geil. Yeah. Yeah. So, ich bin mir leid. Powerpooze. Cool, das müssen die Strasse sein. Ich möchte diese Leute selbst grüßen. Lass mich auf. Was? Wo bist du? Wo ist die Hände? Ah! Ja, genau, Mann. Ich bin hier. Ich steck's hier ab. Und das ist mein Freund. Er ist für einen Freit. Wahnsinnig. Ich habe noch nie jemanden von in den Kavien gesehen. Mein Name ist Arvin. Das ist Ingo. Und das ist Tamiya. Willkommen zu Starhaven, lads. So, was ist es in der Village? Village ist okay. Aber nicht wie in diesem Ort. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. The life in the village must be primitive. Or, should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on crystals myself. Like this lamp. You made that? You made that? Awesome. I couldn't do that even if someone told me how. And with no prior knowledge of how to use them, you are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there though. So I ain't following. There is a cephalin headed for the ice cave. It looks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye you guys. Bye you guys. from the village. They were helpful and they were impressed by something I had done. Ha, I wish more people in the village were like that. Knapp, knappe Sache ey. Das war nicht so, nicht so, nicht so. Aber es geht dann darum, was ich wissen will. Nein, tut mir ist was gewesen. Verdammt, ich muss zurück. Ich muss zurück. Es geht darum, dass diese Menschen finden, dass sie... Ah, doch was, sag ich doch. Danke. Was sie primitiv leben und so in den Höhlen, wo die... Wo unsere... Wo sogar das Mädchen herkommt. Was wir das tragen. Sagen die, das ist primitiv, ihr Leben ist auch so. Wer ruft mich jetzt an ey. Verdammt, wir greift. Werft mich jetzt nicht an während Aufnahme ey, was schnicks kommt. Und warum ist... Naja, ich verstehe. Ich gehe jetzt wieder. Und ja, und sie haben sich gefreut. Wie hast du das gemacht, ohne ein Wissen von irgendetwas zu haben? Und ja, ich bin dumm und so. Und ja. Keine Ahnung, irgendwie viel IQ von den ganzen Einwohnern in der Höhle. Sie sind schlau als alle anderen und so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Und. Yeah. Oh. Zahnrad. Lampe. Kisten. Oh mein Gott. Oh. Ich hoffe, ich glaube richtig. Niemals. Ja. Geschafft. War doch einfach ey. Äh. Äh. Hä? Ja. Ja, ich habe den Anger. Speichert. Äh. Fff. Äh. Okay, schon ab. Nein. Ah. Ja. Speichert. 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 Hallo. Hä? Ne. Tarnrad. Die haben keine Ohren. Ich habe mir gerade auf dem keine Ohren. Darum sind sie so hässlich. Ich habe keine Ohren. Ah. Ich dachte mir, warum sind sie so hässlich? Was weiß ich wegen die Ohren. Sie haben keine Ohren. Ohren machen und den Kopf schön. Schöner, besser gesagt. Äh. Äh. Und nein, ich will keine Ohren für dich schießen. Falls es ihr jetzt glaubt. Oh, oh, Hacke. Ich will ihn nehmen. Kann man ihn nicht nehmen oder so? Als Upgrade. Dass man Gegner töten kann. Was fehlt in dem Spiel? Irgendwas töten. Mega Furz. Sie war ein bisschen schluss. Es war so, als ob sie hart an etwas zu denken. Ne. Arbeit schneller. Arbeit schneller. Okay, Freunde. Das war's mit diesem Part von The Story about my uncle. Ich hoffe, es ist gefallen. Wenn du so sind, wir haben das Upgrade. Finde ich cool. So. Upgrade. Juuu. Okay. Wie machen wir diese Kracker? Ich weiß schon, warum die teilweise am Boden sind. Das sind wir. Oh. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und düdli-dü. Ich höre nicht knapp. Nein. Nein.